Meine erste WG hier in Deutschland, weil sie für mich wie eine Familie waren. Mein Fußball-Sportverein, denn ich konnte da viele Menschen mit gleichem Interesse kennenlernen. Die Friedrich-Eberhardt-Stiftung, weil sie mich eigentlich immer unterstützen. Das Migrationszentrum, denn ich konnte da viele Infos über das Leben hier in Deutschland bekommen. JMD, Jugendmigrationsdienste, denn sie bieten für Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren individuelle Betreuungen an. Sie unterstützen bei verschiedenen Sachen wie Behördengänge, in der Freizeit oder beim Erlernen einer Sprache. Projekt Ankommen aus Dortmund, das ist eine studentische Initiative, die mittlerweile sehr groß geworden ist. Da können sich Geflüchtete hinwenden, da kriegt man Sprachpaten, da kriegt man Unterstützung, wenn man aussehen möchte. Da kriegt man Unterstützung, wenn man zu Behörden geht, etc. Eine sehr schöne Einrichtung, die ich wärmstens empfehle. Sozialdienst Katholischer Frauen und LNED. Das sind beides Organisationen, die uns Geflüchtete als Praktikanten vermitteln. Sicher gibt es in anderen Kommunen auch ähnliche Einrichtungen. Mein Fußballverein. Als ich nach Deutschland ankam, war ich in einem Fußballverein und das hat mir der Start geleistet. Meine Betreuung haben mir geholfen, einen Sprachkurs machen zu können. Ich musste sehr darum kämpfen, in die Schule gehen zu können. Worterbuch. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich gar kein Deutsch. Einen Tag wollten wir mit der Familie was kochen, aber wir hatten gar kein Salz. Dann wollte ich das von der Supermarkt kaufen, aber ich wusste gar nicht, wie das heißt. Dann an dem Tag hatten wir ohne Salz gegessen. Dann habe ich mir ein Worterbuch gekauft, damit ich immer nachschlagen konnte. Eine Moschee. Ich weiß, dass in Moscheen Kleidung oder andere Sachen wie Decken gesammelt wird für Geflüchtete, die sie eventuell gebrauchen könnten oder auch Vorschulen für kleine Kinder angeboten wird. Wenn man Deutsch lernen will, sollte man besser in Gruppen lernen als alleine über Apps. Mittlerweile werden an vielen Unis und Volkshochschulen kostenlose Deutschkurse angeboten. Klar kann man Apps oder digitale Angebote unterstützend nutzen. Von den digitalen Angeboten finde ich jedoch betreute E-Learning-Kurse am besten. Als Ausbilderin habe ich die Aufgabe, jeden einzelnen Azubi individuell zu beobachten und Situationen zu erkennen. Manchmal entstehen Problemsituationen, wo ich als Ausbilderin vielleicht gar nicht weiterhelfen kann. Da kann ich mich dann an außerbetriebliche Stellen wenden, die dann dem Azubi auch weiterhelfen, bei seinem Problem weiterzukommen. Unter dem Video gibt es eine große Übersicht mit hilfreichen Anlaufstellen für die Förderung von Menschen mit Fluchterfahrung. Man sieht, Integration und Förderung sind Aufgaben der ganzen Gesellschaft. Und es gibt viele Menschen und Organisationen, die sich dafür einsetzen. Herr, warum sie dann nachzudenken? Wenn er im Normal Ärzten hat und ihn glaube, alles klappt, wenn... wer öffener sie und zum Beispiel was ist eigentlich nicht mehr?